Insgesamt halten sie zusammen, wie Pech und Schwedl, muss ich sagen, weil sie sich einfach was zu sagen haben, weil sie gern miteinander arbeiten und gern miteinander in der Kabine sind. Das merkt man und das ist natürlich toll, dass man das immer merkt. Also wenn man mal ein bisschen viele Probleme hat und geht dann in die Kabine, muss vielleicht da nochmal ein Problem ansprechen, weil einer unzufrieden ist oder sonst irgendwas, aber du hast ja dann so viel positives Sicht, wenn du die Runde schaust, dann geht es dir sofort gut, wenn du auf den Trainingsplatz gehst. Das ist so bei uns allen. Ich merke das so richtig, das ist dann so richtig, es dreht richtig ein.